Was ist das denn? Jetzt muss ich ohne Ausrüstung hier durch die Gegend rennen. Das ist gar nicht cool. Aber ich will wissen, was diese Burg da macht. Oh, hier ist ein Krabber. Hier ist ein Krab. Krab, krab, krab. So, in der Burg. Ich sehe schon auf der Karte... Ne, sind... Ach, das ist eine Spinne. Das ist gar nicht. So, wo ist die Burg? Ich habe die Orientierung verloren. Auf der Map steht da, aber ich sehe nicht. Ah, da, ok. No problemo. So. Jetzt muss ich irgendwie dann nach oben und nach und nach Leute erledigen. Sonst wird das nichts und sterbe ich wieder. Ja. Ja. Festung der Schnee. Halt. Ich würde mich einfach hineinstützen. So. Kommt her. Magier. Magier sind die... Was ist denn hier? Die halten mich auf Abstand. Aus eurem Fell. Oh. 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 irgendwo noch mehr gegner auf der karte werden ganz viele gegner angezeigt über mir ist auch noch einer ich hab einen pfeil im körper, einen glänzenden oh no, ich hab überhaupt nicht in der hohe Ach da, man, diese Skelette, die erkennt man aber auch so schlecht. Habe ich jetzt die Spook gesäubert? So, Festung, Schneefall, hier. Als Katze kann man sich das ja noch erlauben, hier ohne Waffen rumzurennen. Genug! Ich ergebe mich! Nix damit ergeben. Im nächsten Leben hier. Keine Ahnung. Jetzt komme ich da durch. Ein Hebel. Was war das? Ah! Ah! Nein, nein! Irgendwas ist da gerade. Irgendwas hat da gerade Puck gemacht. Und die FPS ist wieder runter, ich versteh's. Jetzt geht's wieder. Hä? Was ist denn hier los im Turm? Gerade ist hier so krass. Was war das? War das? Schwierig. Was war das? Schmutz. Es geht nicht. Geht hier auf. fantastisch. Die Waffe das? Wer wäre hier? Ich... Eich? Ja? Oh, nein. das auch erst mal irgendwie irgendwie ein komisches lager von toten beschweren wo muss ich dann noch mal hin oh mein gott egal wenigstens wenn feinde in der nähe sind wo ich sehe keine feinde ich muss nach flusswald bewege ich mich halt in sicherheit jetzt ist hier eine krabbe jetzt reisen nein natürlich nicht hat mich nicht ich werde jetzt aggressiv man ich kann doch nicht ewig hier rennen so jetzt ja ordentlich so eine krafte taste ich kenne nur die schreitaste wie es y oder einer der schultertaste auf dem kontroller glaube ich so automatische speichern mein begleiter möchte nicht mehr auf mich warten stand da gerade fehlendall glaubt er kann mir kamilla valerius abspenstig machen aber sie ist bereit alles zerstöckelte erzähle ich ihr jetzt habe alles mitgenommen so ich muss in den keller juhu ich gehe alleine hier rein ich gehe alleine hier durch ich nehme mein zeugs er wie alles alles dafür gehe ich wie so ein spastel nicht eure sachen befinden sich wohlbehalten in meinem zimmer wie versprochen habt ihr etwas nützliches erfahren wirklich das ist schwer zu glauben seid ihr sicher es es er lebt ich dachte die talmo hätten ihn vor jahren schon erwischt dieser verrückte alte kerl aber es wundert mich nicht dass die talmo ihm auf den fersen sind wenn sie herauszufinden versuchen was mit den drachen los ist er meint davon abgesehen dass sie jede klinge töten wollen die sie in die finger bekommen können esperm war einer der archivare der klingen bevor die talmo uns im großen krieg ausradiert haben er wusste alles über die alten drachengeschichten der klingen er war geradezu besessen davon damals wollte niemand etwas davon hören er war wohl doch nicht so verrückt wie wir alle dachten aha rifton also sicher unten am rattenweg dorthin würde ich jedenfalls gehen ihr macht euch besser auf nach rifton redet mit bringjolf er hat beziehungen das ist zumindest ein guter ausgangspunkt ach und wenn ihr es bern findet wenn ihr mich schon für paranoid haltet es ist womöglich nicht ganz leicht sein vertrauen zu gewinnen fragt ihn einfach wo er am dreißigsten eisherst war er wird wissen was das bedeutet an der dann gehe ich mal gemäßlich hier davon braucht ihr etwas nein Ich brauche einen Händler. Und zwar schnell, weil der sich nicht mehr bewegen kann. Nicht, weil ich cool bin, gehe ich so langsam, sondern weil ich zu viel Zeit mit habe. Traurig. Springen kann aber noch wie sonst was. Ich verkaufe ich mal meinem Zeug. Ich muss es nur noch bis da vorne hin schaffen. Was ist die Tür? Nein. What the fuck? Moment. Wo ist der Händler? Hier, oder nicht? Dann. Ist das? Ne, das ist der Schmied. Ne, das ist der Händler, oder? Tja. Okay, das ist gut. Verkaufen ist bei ihm ein bisschen Zeug. Was? Vielen Dank, dass ihr euch um diese Diebe gekümmert habt. Ihr und das Fluss, meine Sch... Vielleicht wir... Ich weiß... Hä? Hä? Ich bin ganz ohr. Ich bin ganz ohr. Ich bin ganz ohr. ertomet Treffer, ich bin ganz ohrt verkaufen. Habt ihr was zu sagen? Hör? Äh... Weißt du was? Untertitelung des ZDF, 2020